Für ihren Mats 33 hat sich Cassie Hummels 33 ganz schön ins Zeug gelegt. Seit mehr als sechs Jahren geht das Paar nun schon gemeinsam durchs Leben. Anlässlich des 33 Ehrentages ihres Liebsten reiste die TV-Persönlichkeit jetzt extra mit ihrem Sohn Ludwig III nach Dortmund. Zum Geburtstag bekam Mats nun sogar einen großen Kuchen in Form eines Bärchens von seiner Cassie geschenkt. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 33-Jährige nun einen Schnappschuss von den Feierlichkeiten, auf dem sie den besonderen Geburtstagskuchen stolz präsentierte. Augenscheinlich stand am Ehrentag des Borussia Dortmund-Kickers alles unter dem Motto Harry Potter, denn das Model trug eine große runde Brille auf der Nase und hatte sich einen Blitz auf die Stirn gemalt. Zudem erkundigte sie sich unter dem Post bei ihrer Community, ob diese passend zum Kuchen Barry Potter genauso gern mögen würden wie sie. Ich liebe Motto Partys, fügte die Kampf der Reality-Stars-Moderatorin abschließend hinzu. In ihrer Story gewährte die Mama eines dreijährigen Sohnes dann weitere Einblicke in die Geburtstagsvorbereitungen. Augenscheinlich war die in Dachau geborene Beauty voll und ganz in ihrem Element, denn Cassie zeigte, dass bis auf das letzte Detail alles auf das Motto des Tages abgestimmt war. Anschließend schienen sich die Partygäste auch allesamt bestens zu amüsieren, denn Cassie teilte einen Clip, in dem sie mit ihren Freundinnen für ihren Mats tanzte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017